Guten Morgen, Leute, wir haben drei Uhr morgens, warum stehe ich so früh auf? Ganz einfach, wir fahren jetzt zum BAS-Terminal, denn wir haben heute eine neue Reise vor und zwar fahren wir nach Baggio. Geile Sache, dann machen wir uns mal auf den Weg. So, haben wir es jetzt gerade geschafft. Wir sind jetzt auf dem Weg mit dem Victory Line, mit dem Baggio. Ich glaube das sind knapp 480 Pesos pro Person. Sollte man eigentlich gut in vier Stunden durchkommen für den Fall der Fälle, dass der Verkehr alles in Ordnung ist. Ohne Garantie, bei Stauvorkommen natürlich etwas länger. Sollte ist es jetzt noch länger. Sollte ist es jetzt schon mal genau. Sollte ist alles nichts, dass du fälle, wenn man auf der Haut, was ein Jaunein an oder wochen kann. Sollte ist denn das Ganze für den Tag. Sollte ist es jetzt zwei Stunden mit dem Kofferbund, mit dem Kofferbund. Sollte ist einfach mal, wenn du da! Sollte ist eine... Sollte ist. Sollte ist viel, wie viele. Sollte ist da! Sollte ist das Ganze in den ganzen Tag. Sollte ist jetzt immer wieder weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020